Moin ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es vor euch, ihr habt es gelesen. Heute ist es mal wieder Zeit für eine Vorstellung eines Real Steel Folders. Dirk war so nett und hat dem Stefan, dem lieben Stefan123321, ein paar Testmodelle des H7 Snow Leopard zukommen lassen. Und Stefan hat für uns daraus gehandelt, dass wir die auch mal in die Kamera halten können. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich persönlich bin auch immer extrem froh darum, wenn ich nach einem betrachteten Video und aufkeimendem Interesse für ein bestimmtes Messermodell noch die Möglichkeit habe, mir eine zweite oder eine dritte Meinung einzuholen. Denn ich bin da nicht ganz so spontan mit meinen Käufen. Die Phase des Überlegens und des Abwägens ist bei mir immer relativ lange. Und ich bin immer dankbar für die Möglichkeit, mir da noch weitere Videos anzuschauen. Darüber hinaus finde ich es immer unheimlich interessant, auch bei Messern, die ich persönlich vielleicht schon besitze, noch mal eine andere Meinung dazu zu hören. Vielleicht eine andere Sichtweise, einfach mal kennenzulernen. Also das ist schon in meinen Augen sehr, sehr hilfreich. Und dementsprechend bin ich dankbar für diese Möglichkeit. Ganz, ganz lieben Dank, ihr zwei. Das sind nämlich auch wirklich hochinteressante Messer. Ja, lieber Dirk. Ich lege dein Kerlchen mal dorthin. Ja, H7 Snow Leopard. Wie ihr sehen könnt, einmal in der Version Satin und einmal Stonewashed. Da muss man ja ganz klar sagen, das Stonewash-Finish von Real Steel finde ich immer sehr gelungen. Meistens ist es ein Stonewash, was anschließend noch mal leicht anpoliert wurde. Das heißt, wir haben nicht diesen, ich nenne es mal, China-typischen Stonewashed-Look, den man so häufig sieht, auch bei den Messern großer Hersteller wie zum Beispiel Kershaw oder CRKT, die in China fertigen lassen, sondern das Stonewash von Real Steel hebt sich da immer noch ein ganzes Stück ab, weil es immer noch einen wunderschönen Glanz mit sich bringt. Aber das werden wir sicherlich gleich sehen. Und meiner Meinung nach ist das beim Satin-Finish ganz genauso. Also optisch, wer jetzt mittlerweile sagt, Stonewash brauche ich nicht mehr, das ist beim Real Steel immer noch mal einen kleinen Zacken anders und optisch einfach ein bisschen gefälliger. Ja, schauen wir mal rein. Es ist ja der Real Steel bekannte silbergraue Karton. Relativ robust, muss ich sagen. Also die Dinger halten was aus. Die sind zur Aufbewahrung definitiv sehr gut geeignet. Und jetzt haben wir auch hier diese Art von Satin-Finish, während ich die erste Version des Kartons ja immer liebevoll Rauffasertapete genannt habe. Oben aufliegend, für uns YouTuber immer extrem hilfreich, dieser kleine Beipackzettel mit dem Willkommen, Informationen zur Garantie, der kleinen schematischen Zeichnung des Produktes, das innenliegend ist. Und den technischen Daten. Und die sind hier immer wieder relativ interessant. Locking Mechanism, Backlock. Ja, Real Steel rüstet also auf. Nachdem sie ja fast alle bekannten Verschlussmechanismen an Foldern schon auf den Markt gebracht haben. Nun auch der Backlock, der eigentliche Klassiker unter den Verschlüssen. Der Stahl ist der sehr beliebte, bei mir auf jeden Fall hoch im Kurs stehende und sehr häufig verwendete 14C28N von Sandvik. Die Klingenlänge beträgt etwas mehr als 3,5 Zoll, 90 Millimeter. Die Klingenstärke etwas über 3 Millimeter. Das heißt, hier geht Real Steel auch einen etwas neuen Weg. Und verringert die Klingendicke etwas. Lieber Stefan, dein Flehen wurde erhöht. Du hast ja lange, lange, lange und oft dafür plädiert. Bitte mach die Klingen doch etwas dünner. Du wärst doch mit 2,5 oder 3 Millimetern bei manchen Foldern zufrieden gewesen. Ja, und hier haben wir die angesprochenen 3 Millimeter. Finde ich eine klasse Sache. Griffmaterial ist G10. Klingt erstmal unspektakulär, ist aber aufwendig gefräst. Das werden wir gleich sehen. Die Gesamtlänge beträgt 212 Millimeter. Also für mich das, was so die Obergrenze eines mittelgroßen Folders bedeutet. Ich sag immer so, bis etwa 8,5 Zoll sind so die mittelgroßen Folder. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann wirklich groß. Und das Gewicht, das haben sie jetzt sogar aufs Zehntel genau angegeben. Das liegt wahrscheinlich an der Umrechnung aus Unzen in Gramm. 172,9 Gramm. Das heißt, wir bewegen uns hier gewichtsmäßig auf dem Level eines ausgewachsenen Full Titan Frame Lock Folders in gleicher Größe. Ja, das ist schon eine Menge Gewicht, die man da in der Hosentasche mit sich herum trägt. Ebenfalls neu, kleines Mikrofasertuch. Dieses hat auch die Real Steel Prägung mit Logo. Das ist ein Centartikel, ganz ehrlich. Aber ich finde es wirklich toll, dass Real Steel diesen Weg beschreitet und da was beilegt. Der ist in seiner Form und in seiner Größe jetzt nicht unbedingt dazu geeignet, eine Videopräsentation zu machen. Aber als Unterlage für Fotos. Oder dann tatsächlich, wenn man Fingerabdrücke oder sonstiges vom Messer abwischen möchte. Ja, hartnäckigere Rückstände würde ich natürlich nach wie vor mit Wasser und Seife von der Klinge entfernen. Aber wenn es einfach nur um Fingerabdrücke geht, super Sache. Also, wie gesagt, Version in Satin. Bei dieser Version, jetzt mache ich mal das Kameralicht dazu an, handelt es sich um einen Griff in komplett schwarz. Und ich hoffe, ich hoffe ganz einfach, ihr könnt diese zahlreichen feinen und subtilen Kanten und Fräsungen im Griff schon erkennen. Auch die Spuren, die das G10 dann nimmt. Das finde ich wirklich extrem ansehnlich. Das gefällt mir wirklich gut. Ich würde jetzt gerne behaupten, dass auch alle Kanten hervorragend gebrochen sind. Und das stimmt zum Beispiel hier oben nicht ganz. Hier wurde einfach nur glatt, plan ausgefräst, um den Backlog erreichen zu können. Also diese beiden Kanten, das ist mir beim Ersteindruck sofort aufgefallen, sind doch ein bisschen scharf. Muss man dann einfach mal schauen, wenn man das Messer fest in der Hand hat, ob das dann eventuell zum Negativen gereicht. Oder ob das dann tatsächlich zu vernachlässigen ist. Der Stefan und der Mr. Derdeck, die haben es schon angesprochen. Und Dennis auch, wir haben minimale Spalte. Und wenn man mit dem Finger drüber geht, man spürt also, dass nicht alles zu 1000% also aufs Müh genau Plan ist. Aber ganz ehrlich, bei einem Folder, mit diesen Materialien, in dieser Verarbeitungsqualität, da erwarte ich nicht die absolute Perfektion. Die erwarte ich dann vielleicht bei einem Chris Reeve, eventuell auch bei hochpreisigen, französischen, klassischen Taschenmessern aus Manufaktur. Da möchte ich dann, wenn ich 200, 300, 400 Euro oder mehr für ein Messer ausgebe, da möchte ich dann auch, dass das alles Plan ist, dass man teilweise, ihr kennt das vielleicht vom Enzo PK70, da kann man ja gar nicht unterscheiden, wo Liner aufhören, wo Rückenfeder anfängt. Und es gibt hier halt diese Messer, wo wirklich ganz nah an der Perfektion gearbeitet wird. Dieses Ding hier ist auf Funktionalität ausgelegt, ohne Wenn und Aber. Der Backlog rastet super schön mit einem wunderbar vertrauenerweckenden Geräusch ein. Das macht schon mal Freude. Wie ihr sehen könnt, beim Satin Finish, auch dieses ist poliert. Hat also immer noch einen deutlichen Glanz, einen deutlichen Schimmer. Es ist nicht so matt Satin, wie man das von anderen Herstellern kennt. Und in der Gesamtlinie wirkt es schon sehr massiv. Das kann man nicht anders sagen. Der Griff ist großzügig bemessen, wenn ich auch sagen muss, für meine Hände knapp. Der kleine passt so gerade noch hinten rauf, aber ich spüre sowohl an der Seite des Zeigefingers, als auch an der Seite des kleinen Fingers hinten die Kanten. Da wäre mal wieder der halbe Zentimeter mehr gerade richtig gewesen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, Handschuhgröße 10, aber eine 10 in extra breit. Da könnte halt tatsächlich für extra große Hände ein bisschen mehr Raum sein. Aber Leute mit diesen Händen machen halt nur einen geringen Teil der Bevölkerung aus. Dementsprechend sind wir nicht die Hauptzielgruppe und man wird sich auch nicht nach uns richten. Ja, ansonsten, ich greife voll rein und spüre diese Kanten hier nicht. Also, diese Sorge war vollkommen unberechtigt. Das passt. Ja, die Griffschalen. Die sind im hinteren Bereich mit drei Torx-Schrauben verschraubt. Stefan hat es angesprochen. Leider Gottes sind die wieder relativ klein ausgefallen. Ist okay, denn real-stil-typisch kommt das Messer hervorragend verarbeitet und eingestellt zu euch nach Hause. Dementsprechend Handanlegen erstmal überhaupt nicht nötig. Es gibt sie natürlich die neugierigen Zeitgenossen, die so ein Ding erstmal auseinanderpflücken und reinschauen müssen. Dazu gehöre ich nicht. Never change a running system, sage ich da immer. Ich lasse da ganz gerne die Finger davon. Zieh das Messer, wenn es an Schärfe verliert oder nach der Benutzung mal kurz übers Leder. Das wird bei diesem in den nächsten zwei, drei Wochen definitiv nicht nötig sein. Eine wunderbare Schärfe und sogar eine relativ glatte Schneide. Also es ist nicht auf dem allzu groben Stein oder Band abgezogen. Wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Auch wunderbar symmetrisch. Das ist jetzt in dem Fall nicht so, dass vorne zum Tipp hin eine Seite dominiert. Ne, der Anschliff ist auf beiden Seiten wirklich sehr, sehr, sehr gleichmäßig und gleich. Das passt. Ja, die Daumenpins zur Einhandöffnung sind fast schon überdimensioniert. Bei Pins dieser Größenordnung würde ich mir fast wünschen, sie dienten gleichzeitig auch als Anschlagpins. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Aber sie sind demontierbar. Das ist ganz schön. Denn manchen Leuten würde es vielleicht unbehagen bereiten, mit so einem großen, schweren Folder in der Tasche rumzulaufen, wenn er auch noch laut in die Welt hinaus schreit. Hallo, ich bin ein Einhandfolder. Also dementsprechend Demontage mit wenigen Handgriffen. Wir haben einen Pocket Clip. Jetzt war ich auch kurz davor, wieder Gürtelclip zu sagen. Nein, wir haben einen Pocket Clip, den man von Real Steel schon kennt. Zum Beispiel auch aus der M-Serie, wenn ich nicht irre. Dieser ist langweilig. Der ist hochfunktionell, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Der hat ausreichend Spannung. Der sitzt prima in der Hose. Aber der sieht einfach beknackt aus. Den mag ich nicht. Optisch zumindest. Dennoch würde ich deswegen nicht entscheiden, das Messer nicht zu kaufen. Denn der Pocket Clip ist nun mal da und die anderen Werte des Messers überzeugen in der Tat. Jo, Backlog. Sicherer Backlog. Oftmals haben Backlog-Verschlüsse ja den riesengroßen Nachteil. Wir haben ein leichtes Klingenspiel. Das ist hier in keinster Weise festzustellen. Das passt also ganz wunderbar. Und Und von diesem Moment an lässt sich der Backlog nicht mehr lösen. Dies kann einerseits über den Daumen passieren. Aber falls ein Lanyard angebracht ist, kann ich auch einfach an dem Lanyard ziehen und erreiche denselben Effekt. Der Backlog wird verriegelt. Also eine Verriegelung der Verriegelung. Und das Messer ist vor dem Einklappen gesichert. Einen Stresstest werde ich nicht machen. Die Messer gehen noch an weitere Tester rum. Außerdem habe ich immer tierische Manschetten davor, dass ich irgendwas tatsächlich kaputt machen könnte. Gut. Dann wäre ein Versagen eines Herstellers bewiesen. Aber was hätte ich davon? Gar nichts. Ich hätte ein Video, das vielleicht ein paar Mal mehr angeklickt wird. Weil wenn ein riesengroßes Fail davor steht, das ist ja immer ein Grund für die Leute, so ein Video anzuklicken. Jo, Handlage. Ich würde sagen, aufgrund meiner Handbeschaffenheit 9 von 10. möglichen Punkten. Es schmiegt sich wirklich wunderbar ein. Ganz einfach, die fehlenden Millimeter sorgen dafür, dass es nicht zu 100% perfekt ist. Größe und Gewicht passen soweit. Es wirkt massiv. Es wirkt aber dennoch nicht übermäßig schwer. Wie gesagt, wer einen Full-Titan-Frame-Lock-Folder hat, die wiegen in der Regel zwischen 160 und 180 Gramm, der bewegt sich also vollkommen in der gleichen Gewichtsklasse. Sie haben einen massiven Aufbau. Gerade die extreme Backlock-Feder und der Backspacer hier hinten mit dem integrierten Lock noch. Die sorgen natürlich dafür, dass das Ding hier einiges an Stahl mitbringt. Und dementsprechend auch was auf die Waage. So, da haben wir jetzt das ZN-Modell mit dem schwarzen Griff ausführlich vor der Kamera hatten. Schauen wir uns das zweite Modell noch an. Ihr seht, Packungsinhalt absolut identisch. Nur das, worum es geht, das unterscheidet sich dann minimal vom anderen Modell. Hier haben wir das, ihr seht das schön, da könnt ihr meine Palme auf der Fensterbank bewundern. Dass das Stonewash bei Real Steel immer noch eine anschließende Politur erfährt, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin jetzt kein unbedingter Fan von diesem Tiger Stripe G10. Was natürlich dieser Griff mit sich bringt, dass gerade an den Stellen, wo dann gefräst wurde, die Optik entsprechend ist. Das heißt, die Kontur des Griffes lässt sich hier noch ein kleines bisschen besser nachvollziehen. Da sich da auch die Farbgebung dann entsprechend ein Stück weit ändert. In dem Fall wirklich sehr gelungen. Von der Seite könnt ihr den Lagenaufbau des Materials sehen. Also das passt schon. Ja, was beim anderen Modell eben noch nicht erwähnt wurde. Die Klinge verfügt über eine fast durchgehende Top Swatch. Diese ist hier vorne nochmal durch einen kleinen Winkel unterbrochen. Ja, ich weiß, ich würde die Klinge gar nicht mal elegant bezeichnen. Durch die Swatch verleiht der Klinge schon fast so ein leichtes, aggressives Aussehen. Vielleicht in Richtung Kampfstachel. Ich weiß es gar nicht genau. Swatch beziehungsweise doppelte Schneiden, weitseitig geschliffene Messer. Das sind ja meistens Kampfmesser. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das H7 Snow Leopard irgendwas von einem Kampfmesser hätte. Aber es hat schon so eine leicht martialische Wirkung. Auf jeden Fall wirkt die Klinge dadurch deutlich schlanker. Mit den drei Millimetern ist sie eh schon. Keine der richtig fetten Klingen. Dementsprechend verstärkt diese durchgezogene Swatch diesen Eindruck nochmal. Und ja, alles in allem wirklich extrem gefällig. Meiner Meinung nach sogar eine der schönsten Klingen, die Real Steel bis jetzt auf den Markt gebracht hat. Dazu haben wir wieder den hochgezogenen Flachschliff. Dieser ist auch verhältnismäßig dünn ausgeschliffen. Bei manchen Flachschliffen hat man ja direkt über der Schneide wirklich noch richtig fett Material stehen. Das geht hier wirklich. Und die paar Schnitttests, die ich gemacht habe, die zeigen auch, das Ding arbeitet als Slicer gar nicht so schlecht. Also das passt. Drei Millimeter hochgezogener Flachschliff. Nicht zu viel Material direkt hinter der Schneide. Das ist wirklich eine hoch anständige Kombination. Alles andere, welche Konfiguration ihr da wünscht, das ist dann einzig und allein noch Geschmacksfrage. Da kann ich dann auch kein endgültiges Urteil drüber abgeben. Meine bevorzugte Variante wäre vermutlich Satin Finish mit dem schwarzen Griff. Da es in der Konfiguration jetzt vorliegt, könnte ich es mir basteln, würde ich vielleicht sogar sagen, Stonewash Finish auf dem schwarzen Griff. Aber mit dem Satin, das ist mal was anderes. Das gefällt mir auch ausgesprochen gut. Funktional und verarbeitungstechnisch sind die beiden Messer fast identisch. Ich habe jetzt nicht bei dem einen irgendwas feststellen können, was besser oder schlechter wäre als bei dem anderen. Dementsprechend spricht das meiner Meinung nach für eine sehr hohe Qualitätssicherung im Hause Real Steel. Man hört eh extrem selten von irgendwelchen Ausfällen oder Montagsmodellen. Da muss ich sagen, die Streuung ist da wirklich extrem gering und bestätigt einfach nur wieder den positiven Eindruck, den man von Real Steel in den letzten zwei Jahren gewinnen konnte. Gut, genug der heiligen Worte. Abschließend noch ein kleiner Größenvergleich. Die Version mit dem Stonewash werde ich mal wieder beiseite nehmen, um ein bisschen Platz zu schaffen. Jetzt ist es soweit. Der Hals ist trocken gequatscht. Der Husten kommt zurück. Erster Vergleich. Victorinox 111 mm. Deutlich sichtbar. Das Real Steel bietet ein Plus bei Griff und Klingenlänge. So ist es natürlich noch viel deutlicher. Wobei die effektive Schneide höchstens ein Zentimeter mehr ist. Und, weil es auch sehr beliebt ist im letzten Jahr, Größenvergleich mit dem Manley Comrade. So haben wir es ungefähr. Ein bisschen mehr Griff und ein bisschen klitzekleines, ein bisschen mehr Klinge beim Real Steel. Wobei bei der Klinge handelt es sich wirklich nur um 2-3 mm. Beim Griff vielleicht um einen knappen Zentimeter. Ja, das soll es gewesen sein. Es sind schon wieder knapp 20 Minuten vergangen. Ich danke euch recht herzlich fürs Reinschauen. Ganz herzlichen Dank nochmal an den Stefan, an den Dirk, dass ihr das wieder möglich gemacht habt. Ganz tolle Sache. War wirklich ein extrem interessantes Modell und eins, das definitiv für mich in Frage kommt. Zumal der Preis mit knapp über 60 Euro für das gebotene mehr als angemessen ist. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin.